Hallo zusammen, ich habe hier ein interessantes Wohnmobil. Klar, mit Kühlschrank, da komme ich drauf. Ganz ein spezieller. Zum Fahrzeug, das ist ein MAN TGE 3 180 mit dem 180 oder fast 180 PS Motor. Automatengetriebe, Allrad und wir schauen uns jetzt das Fahrzeug rundherum an. Wir sehen das Fahrzeug hier von der Seite. Wir stehen hier auf dem Hof. Was wir machen ist, wir bauen das Kühlaggregat hier hinten in das Staufach. Wir haben also einen Kühlschrank, der sitzt oben und hier unten sitzt das Kühlaggregat, wird zur Zeit noch befüllt. Und so haben wir die Abwärme bzw. auch den Lärm hier im Staukasten. Das Kühlaggregat ist Standard mit 230 Volt, 12 Volt, ein BD35 mit Lüfter. Dann liegt hier noch ein feuchter Lappen vom Löten. Also ihr seht, das Teil ist nicht angeschraubt, elektrisch nicht verdrahtet. Was kommt noch? Wir gehen hier ins Wohnmobil rein und hier geradeaus sitzt der Kühlschrank und eben das Kühlaggregat. Das Kühlaggregat, das sitzt hier hinten unten im Stauraum, das was wir vorher gesehen haben. Die Leitung führt hier hinter am Ladebooster vorbei und hinten an die Rückwand. Und hier ist ein 76er ohne Eisfach. Vemo 76F ohne Eisfach. Ja, das war's aus einem allradtauglichen Wohnmobil.